Donnerstag ist How-to-Real-Estate-Tag. Herzlich willkommen bei der 75. Folge. Schön haben Sie eingeschaltet. Vorab eine Information. Wir haben mit weiser Voraussicht auf unsere vollen Terminkalender diese Folge vorproduziert. Dementsprechend alles, was wir heute sagen, basiert auf dem Wissensstand vom 3. August 2023. Allfällige Breaking News, die sich in der Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung ereignen. Können wir natürlich nicht antizipieren, wenn jetzt also in der Zwischenzeit die Welt untergegangen sein sollte, dann an dieser Stelle die Erklärung, wieso wir das hier nicht thematisieren. Nichtsdestotrotz haben wir heute interessante Themen für Sie vorbereitet. Mein Name ist Michael Mayer. Gegenüber von mir begrüsst Sie die Crowdhouse CEO Robert Plantak. Grüezi miteinander. How to Real Estate. Der Immobilien-Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Lass uns keine Zeit verschwenden, legen wir sofort los wie immer mit der Die Frage der Woche. Und die Frage der Woche ist dieses Mal viel mehr ein Kommentar als eine Frage. Der Kommentar bezieht sich auf eine frühere Folge und damit wir hier den Kontext haben, spiele ich kurz den Abschnitt ab, auf welchen sich der Kommentar bezieht. Das hier also deine Aussage aus der Folge Nummer 67 vom 8. Juni. Wenn ich spekuliere, am Schluss ist es immer Spekulation bei kutierten Wertschriften, dann spekuliere ich ja, okay, ich kaufe jetzt heute, ich warte noch bis sie nochmal 5% korrigieren, dann steige ich ein, dann verkaufe ich ein halbes Jahr später, wenn sie wieder nach oben schiessen und dann habe ich 10-15% gemacht und so funktionieren halt Immobilien nicht. Immobilien funktionieren als mittel- und langfristiges, sehr langfristiges Investment und da spielt es keine Rolle. Auch wenn ich dieses Jahr kaufe und die Preise korrigieren 5%, ich kaufe ja die Immobilie, um sie die nächsten 10, 15, 20 Jahre zu halten und ich habe ja ab Tag 1 Mieterträge. Das heisst, nur schon die Mieterträge, die fliessen ja schon ab Tag 1, unabhängig von der Wertentwicklung. Das war, wie gesagt, der Abschnitt aus der Folge Nummer 67. Hier der Kommentar dazu von Tom Stettler, gestellt auf YouTube. Im Grundsatz stimme ich Ihnen zu, die Mieten fliessen ab Tag 1, andererseits fliessen auch Unternehmensgewinne, Klammer Dividenden, ab Tag 1 und wenn Sie Ihr Argument Langfristigkeit, Klammer auf, mindestens 10-15 Jahre, auf Wertpapiere anwenden, breit diversifiziert, dann hat es nichts mehr mit einer Spekulation zu tun. Im Gegenteil, reale Performance ist historisch bei Aktien höher als bei Immobilien, aber genau dieses gegeneinander ausspielen hat mich zu diesem Kommentar veranlasst. Ich höre Ihnen sehr gerne zu, aber es gibt keinen rationalen Grund, Immobilien gegen Wertpapiere auszuspielen, ausser Eigeninteresse. Frage, das eine tun, Klammer auf Renditeobjekt und das andere, Klammer auf Aktien, eventuell Obligationen nicht lassen. Danke für Ihren Content. Da überlasse ich die Bühne gerne dir. Also ich stimme dem Herrn zu. Die Idee hinter meiner Aussage ist nicht zu sagen, man soll nicht in Aktien investieren, sondern es ging darum, man hat von Wertentwicklungen war das Thema. Und ich wollte ein Beispiel geben, wieso vielleicht bei jemandem, der da im Daytrading involviert ist oder eher im aktiven Trading und das vielleicht aus seinem Swissquote-Depot kennt und es da vielleicht wichtig ist, wie die Aktie an dem Tag performt hat. Und ich meine, das, was jetzt der Herr erwähnt hat, in eine Aktie zu investieren über 10-15 Jahre, das sehe ich sehr wenig. Klar ist das so, wenn man zurückschaut und sich da ein virtuelles Portfolio-Retrospektiv zusammenstellt, kann man sagen, dass Aktien vermutlich Immobilien je nach Lage outperformt hätten oder auch nicht. Aber wer macht das denn schon? Also weisst du, du bist bei einer Aktie, bist du tendenziell eher dazu geneigt, diese mal schnell zu verkaufen. Deshalb kaufst du dir ein kotiertes Papier. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Ich habe das als Beispiel beigezogen, weil eben, ich sage jetzt mal, da hast du die Möglichkeit, heute zu verkaufen und 10 Sekunden später wieder zu verkaufen und da könnte man eher noch auf sowas spekulieren. Bei der Immobilie hast du diese Möglichkeit erst gar nicht. Bedeutet nicht, dass man sein ganzes Geld nur in Immobilien anlegen soll, sondern der Grundsatz, dass man ein schön diversifiziertes Portfolio an verschiedenen Anlageklassen hat, und daran ändert sich nichts, auch kein Eigeninteresse. Ich habe nichts davon, wenn unsere Kunden nur Geld in Immobilien haben. Es ist auch gut, wenn sie Geld, Cash haben. Es ist gut, wenn sie Geld in anderen Anlageklassen haben, weil alle diese Investments haben andere Charakteristika, die dann wieder zugutekommen. Weil ich sage jetzt mal eben, weil Immobilien ja so langfristig sind, sind sie eher illiquide, wohingegen zum Beispiel Aktien und Obligationen liquider sind, Cash noch liquider ist. Also alle diese unterschiedlichen Charakteristika gibt es da entsprechend zu bewerten aus Investorensicht und sich dann sein Portfolio zusammenzustellen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, ausser herzlichen Dank für diesen Kommentar. Es ist immer schön, wenn Leute sich auf frühere Folgen beziehen. Sie können uns Ihre Fragen und Ihre Kommentare jederzeit stellen. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes oder machen Sie es sich ganz einfach. Gehen Sie einfach auf unsere Social-Media-Kanäle, YouTube, Instagram, was auch immer. Und hinterlassen Sie uns da Ihre Fragen in den Kommentaren. Und damit kommen wir zum... Wir sind über ein Interview gestolpert. Ein Interview mit Freddy Hasenmeile. Einigen von Ihnen sagt der Name vielleicht etwas. Er war jahrelang Chefanalyst bei der Credit Suisse. Das ist jetzt, wie viele andere, von der Credit Suisse weg. Und ist ein neuer Chefökonom bei der Raiffeisen. Übernimmt dort die Arbeit von Martin Neff, der in Pension geht. Der Titel des Interviews lautet «Kurzfristig in Saron-Hypotheken zu überwintern, könnte sich auszahlen». Und er hat hier in diesem Interview schon einige, meines Erachtens sehr wichtige Punkte angesprochen. Punkte, die wir regelmässig im Podcast diskutiert haben. Ich würde deshalb vorschlagen, ich habe mir die wichtigsten Aussagen kurz notiert. Und wir besprechen sie. Die einen ausführlicher, die anderen weniger. Erste Frage, die ihm gestellt wurde. Kommt nun eine Rezession oder nicht? Seine Meinung. Sondereffekte der Pandemie haben die Wirkung der Geldpolitik nach hinten verschoben. Aufgeschoben ist aber nicht unbedingt aufgehoben. Für die Eurozone rechnen wir mit einer leichten Rezession. In jedem Fall ein tieferes Wachstum als im bereits schwach laufenden Jahr 2023. Und das könnte auch für die Schweiz gelten. Stimme ich auch zu. Zweiter Punkt. Da wurde ihm die Frage gestellt, erhöht die SMB die Leitzinsen im September? Wir haben das ja ausführlich diskutiert. Seiner Meinung nach ein weiterer Zinsschritt ist wahrscheinlich sein Argument. Die SMB weist, dass höhere Mietenpreisaufschläge bei Strom und ÖV sowie der Anstieg der Mehrwertsteuer die Inflation wieder anheizen werden. Für die SMB dürfte seines Erachtens das Risiko, einen kleinen Zinsschritt zu viel zu machen, geringer sein als mit einer Zinspause einen noch längeren Bremsweg zu riskieren. Kannst du dich an eine der letzten Folgen erinnern, wo ich behauptet habe, die SMB hofft wahrscheinlich fast, dass die Inflation wieder über die 2%-Grenze geht? Ist heute gerade rausgekommen, ist weiter zurückgegangen. Wir sind jetzt halt bei 1,6. Kann gut sein, dass das im Sempern doch einmal runtergeht. Nehmen wir an, sie ist bei 1,5. Ich bleibe bei meinem Standpunkt, wenn die bei 1,5% ist und die trotzdem die Zinsen anhören, da wird die Frage aufkommen, wieso sie das in dem Rahmen tun. Obwohl für mich die Argumentation dann schon logisch ist, dass sie natürlich relativ viele Preissteigerungen antizipieren. Ja, aber ich meine, jetzt musst du mal schauen. Mehrwertsteuer ist ein einmaliger Effekt. Wird jetzt einmalig angehoben. Ich bin kein Ökonom, aber korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage. An den Effekten von der einmaligen Erhöhung der Mehrwertsteuer hat das wirklich so viel mit dem Leitzinssatz zu tun? Ich weiss es nicht. Die Mietpreise, haben wir ja gesagt, sind eigentlich sehr, oder die Wohnpreise, sei es jetzt in Hypotheken oder Miete, haben wir ja gelernt in den letzten Episoden des Podcasts, sind sehr eng verbunden mit dem Leitzinssatz. Das heisst, eine weitere Erhöhung bringt da ja nicht wirklich Entspannung. Ich meine, ich glaube, die Geschichte ist jetzt eher politischer als ökonomischer Natur. Wenn wir jetzt im August nochmal zurückgehen und dann ist die September-Sitzung. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es wahrscheinlich noch einen 0,25-Basispunkte-Schritt geben wird. Ob jetzt der September oder Dezember kommt, mal schauen. Ich glaube aber, das wird effektiv der letzte in der Schweiz sein. Und ich glaube, in die Richtung geht da auch der Herr Hasenmeile. Da kommen wir noch drauf zurück. Jetzt politisch. Also wenn die SMB das natürlich jetzt im September macht, obwohl vielleicht eventuell die Inflation im August doch nochmal zurückgeht, wird es garantiert politischen Shitstorm geben. Das wird heissen, aber wieso und dies und das. Auf der anderen Seite, wenn sie es nicht machen und dann erst im Dezember machen und die Inflation wieder hochgeht, wird die Kritik sehr schnell laut. Oh, wieso habt ihr nicht? Deshalb kann es schon gut sein, dass sie das im September trotzdem machen und dafür dann halt danach nicht mehr. Und sie sagen halt, hey, guck, wir haben halt gemacht, obwohl die Inflation rückläufig war. Ich glaube, es ist dann eher wirklich ein politischerer Entscheid als wirklich ein ökonomischer. Dritter Punkt, und ich glaube, den können wir abnicken. Manu hat ihm die Frage gestellt, sind Immobilien von der Bewertung her noch langfristig interessant? Seine Antwort ja, sie sind nach wie vor eine valable Anlagealternative. Umso mehr, wenn der partielle Inflationsschutz den Immobilienbieten berücksichtigt wird. Das gilt spezifisch für die Schweiz. Hausgemachte Probleme verschärfen hierzulande die Wohnungsknappheit, was künftig automatisch steigende Mieterträge und sinkende Leerstände bedeutet. Beides stützt die Bewertung von Rendite-Liegenschaften. Ich glaube, auch das ist im Tenor von dem, was wir in den letzten Wochen gesagt haben. Dann habe ich Spann gefunden. Vierte Frage. Zieht er spezielle Wohnsegmente oder Regionen vor? Da ist eine Antwort. Fokus zunehmend auf Regionen ausserhalb der grossen Zentren. In den Zentren dürfen die Markteingriffe künftig noch zahlreicher sein. Im Agglomerationsgürtel um die Grosszentren dürfte das Rendite-Risiko-Verhältnis vorteilhafter sein. Zudem sollten dort langfristige Aufzonungen einen wichtigen Beitrag zur gesamten Rendite leisten. Denn irgendwo muss das hohe Bevölkerungswachstum aufgefangen werden. Ich glaube, das spielt sehr darauf an, was wir auch gesagt haben, dass einfach bis 2050, ob jetzt die Prognose plus 25 oder plus 20 oder auch nur plus 15 Prozent sind, das sind einfach sehr, sehr viele Menschen, die in der Schweiz leben werden wollen. Und aktuell steht der Wohnraum nicht zur Verfügung. Und dass er in den Städten zur Verfügung gestellt wird, wird sehr schwierig. Das haben wir gelernt. Genau, also da stimmen wir absolut zu, was er gesagt hat. Dann fünfter Punkt, das ist mir eine Frage an dich. Er hat von den Netto-Cashflow-Renditen gesprochen. Die Rendite wird in Zukunft viel stärker von der Netto-Cashflow-Rendite dominiert sein. Deren Stabilität sollte im Vordergrund stehen. Das heisst Mieterbonität, Diversifikation des Mietermix und die Höhe des Mietertragspotenzials. Da habe ich mir gedacht, ja nun gut, ich kann das nachvollziehen. Ja, aber grundsätzlich sind das halt einfach so oder so die Grundlagen jeder Immobilienbewertung. Das war in der Vergangenheit so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ja, also ich glaube in der Vergangenheit hat auch der normale Rendite-Immobilieninvestor nicht mit entsprechenden Wertzuwächsen fix gerechnet oder budgetiert. Sie sind dann halt einfach eingetroffen. Also du hast nicht eine Immobilie. Also wir haben in der Schweiz nicht einen Markt wie in der Vergangenheit in London, wo du bei praktisch 0% Brutto-Rendite oder Netto-Rendite gekauft hast, nur mit der Wertsteigerung im Kopf. Das war bei uns noch nie so und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Also primär kaufst du eine Immobilie in der Schweiz wegen dieser Netto-Rendite und wenn du dann noch einen positiven Wertzuwachs hast, ist das etwas Schönes obendrauf. Ich würde ihm aber da nicht ganz zustimmen. Früher war halt der Preistreiber der Negativzins und insofern quasi die tiefen Refinanzierungskosten und der Anlagedruck in Zukunft, wie es eigentlich schön ausgeführt hat, glaube ich, ist der Preistreiber dann eher die Wohnungsnot und das starke Bevölkerungswachstum und die tiefe Bauaktivität. Insofern glaube ich, dass wir weiterhin schöne Wertzuwächse bei Schweizer Wohnrendite-Legenschaften haben werden. Und zu guter Letzt, der letzte Punkt und der Punkt, der uns eigentlich am meisten aufhorchen liess, war die Frage an ihn, was denn jetzt aktuell die beste Hypothekarstrategie wäre. Und da könnte man meinen, der Herr hört regelmässig unseren Podcast. Sein Take, die wirtschaftliche Abkühlung wird früher oder später die Zinsen auf Talfahrt schicken. Die Strategie, kurzfristig in Saron-Hypotheken zu überwintern und dann zuzuschlagen, wenn die Langläufer wieder tiefer notieren, könnte sich daher auszahlen. Das ist das, was wir in den letzten Wochen immer wieder erklärt haben, beachtlich diesbezüglich. Kannst du dich erinnern, was die Hypothekarstrategie-Empfehlungen zu Beginn des Jahres waren? Da war die Prophezeiung, Saron wird sehr viel... Der Saron wird sehr dazu führen, dass sehr viele Leute in 2023 die Flucht in eine Festhypothek wagen werden. Davon sind wir aktuell weit entfernt, meines Erachtens. Diese Strategie, die er hier beschreibt, ist wahrscheinlich sowas wie Common Sense. Ja, also wir haben es ja, glaube ich, seit ich mich erinnern kann, haben wir ja genau das gesagt, dass es unserer Meinung nach absolut Sinn macht, jetzt einfach im Saron auszuharren, bis die Situation bei den Langfristigen quasi wieder attraktiver wird. Und bis jetzt hatten wir da immer viel Gegenwind. Es wurde immer in die andere Richtung, eigentlich ins andere Horn geblasen, von wegen, ja, man soll sich schon das überlegen und wenn man sich nicht höhere Zinsen leisten kann, soll man jetzt schon wechseln und so weiter. Ja, diese Angstmacherei die ganze Zeit ist nie ein guter Ratgeber. Und ja, ich war effektiv sehr überrascht, als ich jetzt diesen Artikel gelesen habe, der eigentlich endlich mal das sagt, was wir schon lange sagen, dass es absolut Sinn macht, im Moment einfach im Saron parkiert zu sein und diese Flexibilität beizubehalten und auf der Seitenlinie zuschauen zu können und zu gucken, okay, wann geht es in welche Richtung. Weil nochmal, wir gehen nicht von diesen Extremszenarien aus, also weder das Extremszenario nach oben, wo der Saron plötzlich bei 5% ist, noch das andere Extremszenario, dass wir morgen gleich wieder im Negativzins sind. Und dazu haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Ja, insofern ist eigentlich genau unsere Meinung schon seit Längerem. Wie immer beim News-Update haben wir den Artikel in den Shownotes hinterlegt. Sie können es da Wort für Wort nachlesen. Und wir kommen damit zum heutigen Thema der Woche. Wir beschäftigen uns heute mit Zielkonflikten in der Immobilienbranche und wir haben uns da insbesondere zwei Beispiele herausgepickt. Bei Zielkonflikten geht es ja immer um die Frage, was will man? Und wenn man das auf den Immobilienbereich anwendet, da gibt es einige Punkte, die sich nicht immer vereinbaren lassen. Und wir müssen da zu Beginn über das Thema ESG reden. ESG steht kurz für Environment, Social Governance. Kurzum, es geht um Nachhaltigkeit. ESG ist ein riesiges Passwort. Es gibt mehrere ESG-Ratings, welche die Nachhaltigkeit von diversen Anlagevehikeln beurteilen. ESG umfasst viele Aspekte. Zum einen eben die Umwelt, zum anderen aber auch das Soziale. Hier landen wir beim Thema Mieterschutz. Und hier stellt sich jetzt eben die Frage, Mieterschutz und Nachhaltigkeit. Wie sehr geht das Hand in Hand oder stehen sich eben genau diese beiden Themen in der Schweiz im Weg? Sie stehen sich nicht nur in der Schweiz, sondern sie stehen sich generell im Weg. Weil, da musst du schauen, dort wo die Mieten günstig sind, da reden wir ja immer von dem bezahlbaren Wohnraum, von den Familien, die sich keine teuren Wohnungen leisten können. In der Regel, wenn das nicht staatlich subventioniert ist, wovon ich eh kein Fan bin als bekennender Kapitalist. Aber in der Regel handelt es sich dann dabei um alte Objekte, Altbauliegenschaften. Und die sind deshalb günstig, weil sie halt alt sind und entsprechend nicht mehr die Qualitäten bieten. Entsprechend ist wieder der Markt, du kannst keinen höheren Preis dafür verlangen. Und jetzt, ich meine, was macht ein Investor, der kauft so ein Objekt und entmietet dieses dann. Das heisst, er spricht dann die Kündigung aus, damit er das Objekt sanieren kann und unter anderem energetisch sanieren. Und jetzt, ich meine, wir haben, ich weiss es nicht mehr genau, vor ein paar Jahren habe ich mir das mal angeschaut, da war der Altbautenbestand in der Schweiz bei fast 70 Prozent. Ich weiss nicht, wie es jetzt heute aussieht, ich habe mir die aktuellen Zahlen nicht mehr angeschaut, können wir vielleicht das nächste Mal machen, aber einfach gefühlt sind wir garantiert noch bei über 60 Prozent Altbaubestand. Heisst also, 60 Prozent der Immobilien, in denen wir wohnen, sind energetisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Zeit. Das heisst, wir haben mangelnde Isolation, Wärmeerzeugung, wahrscheinlich häufig noch mit Öl oder mit Gas und so weiter und so fort. Und ich meine, was passiert jetzt, wenn du jetzt da hingehst, so ein Objekt kaufst, um dieses energetisch zu sanieren, damit es dann wieder nachhaltig ist, musst du ja irgendwo deine Anschaffungs- und Investitionskosten logischerweise kapitalisieren, musst also entsprechend hochgehen mit den Mieterträgen. Was bedeutet das? Du bist automatisch der böse Immobilienheiter, der Immobilien entmietet. Und ich rede jetzt nicht von den Extremfällen, wo du einfach entmietest und nichts machst und dann die Miete hochschlägst, weil du es kannst. Es gibt solche Fälle, aber es sind vereinzelte Extremfälle. Ich rede jetzt vom normalen Immobilieninvestor, der das macht. Und das geht nicht. Also weisst du, wie möchtest du das unter einen Hut bringen? Und das geht halt nur, indem auch der Mieter versteht, hey, guck, Nachhaltigkeit hat einen Preis. Und die Leute müssen halt das verstehen, dass wenn du nachhaltig bauen möchtest, dann muss das halt teurer sein. Und wenn man dagegen kämpfen will, muss man mehr Wohnraum zulassen. Und dann sind wir wieder beim Thema, was du vorher angesprochen hast. Wenn halt in der Stadt Wohnbau blockiert wird, weil es ein bisschen zu laut ist, weil das Tram vorne durchfährt, ja okay, dann weichst du auf die verbliebenen Liegenschaften aus und weil es davon nicht viele gibt und weil du so viel Nachfrage nach Wohnraum hast, ja, da kannst du halt die Preise hochnehmen. Der Staat muss nicht eingreifen, der Staat muss weniger eingreifen, weniger Neubauten verhindern, dann entstehen mehr Neubauten, es gibt mehr Wohnungen, was automatisch bedeutet, dass ich als Bauherr und Immobilieninvestor nicht mehr jeden Preis verlangen kann. Und dann hast du diesen Effekt, dass du genug bezahlbaren Wohnraum hast, der dann auch noch nachhaltig gebaut ist. Aber so wie es heute ist, also ich habe ja keine andere Möglichkeit. Also weisst du, Baubewilligung für Neubau auf der grünen Wiese zu bekommen, dauert ewig. Eben, dann habe ich überall die Verhinderer, dann habe ich überall die Leute, die Einsprachen machen, um mich damit zu erpressen. Kein Wunder geht die Bauaktivität zurück, ja, extrem teuer auch, wieder Fachkräftemangel, also bauen macht echt keinen Spass im Moment. Und wenn ich dann schon baue, kaufe ich in der Regel alte Objekte, die ich umbauen kann und diese wieder quasi energetisch und nachhaltig dann umzubauen. Und da kommt wieder der Widerstand und sagt, ja, ihr seid böse Immobilienhaar. Also mit dieser Reederei alleine kann man dieses Problem nicht lösen. Da muss man einfach mal die Augen aufmachen und sagen, hey, es ist, wie es ist. Irgendwo muss es halt wehtun. Bevor wir zum zweiten Beispiel kommen, das in eine ähnliche Richtung geht, meine Frage, diese ganzen ESG-Ratings, da muss man vielleicht schon unterscheiden, zwischen einem privaten Investor und einem institutionellen Investor. Einen privaten Investor können diese ESG-Ratings per se eigentlich relativ egal sein, aber für die institutionellen Investoren sind diese ESG-Ratings halt schon etwas, anhand dessen sie halt auch beurteilt werden. Ja, also wir hatten sie in der letzten Folge oder vorletzten, wo wir über die institutionellen Investoren gesprochen haben und da sind wir wieder in diesem Greenwashing-Thema drin. Also weisst du, wie viele Lebensmittel findest du? Da steht irgendwie auf dem Fisch zertifiziert aus Fischfang XY und wenn du dir dann die Dokus dazu anschaust, dann merkst du plötzlich, dass das ganze Zeug eigentlich gar nichts wert ist. Genauso wie mit dem CO2-Offset und, und, und. Oder die Geschichte, dass Tesla eigentlich nur profitabel war, weil sie ihre CO2-Zertifikate verkauft hat an andere Autobauer, die Diesel- und Benzinautos gebaut haben. Also man sieht, das Ganze ist sehr politisch motiviert und nicht so sehr zielführend motiviert, dass man das Problem, und es ist ein Problem, also die Umweltbelastung ist ein Problem. Also die Immobilienbranche weltweit ist, glaube ich, zu 40 Prozent für die gesamte Emission der Welt verantwortlich. Es ist ein Problem und man muss es angehen, aber das Problem ist, es will es niemand im Kern richtig angehen. Wenn man es angeht, geht man es sehr eignützig an oder aus politischen Gründen und nur an der Oberfläche und verlagert das Problem, man löst es damit nicht wirklich. Und bei den Institutionellen ist es genau das. Man hat irgendwann bemerkt, oh, es ist ein Trend, die Leute wollen sich selber greenwaschen, wollen nachhaltig investieren. Wenn also auf einem Immobilienfonds draufsteht, dass dieser nur nach ESG-Rating XYZ investiert und nur in nachhaltige Objekte hat man das Gefühl, man tut etwas Gutes. Ob man dann wirklich etwas Gutes damit tut, sei dahingestellt. Auf alle Fälle, was dann passiert ist, weil es so wenig von diesen Objekten gibt, auch unter anderem wegen dem Grund, den ich dir vorher genannt habe, müssen sie diese Objekte so was von massiv überzahlen, was wiederum auf die Rendite drückt, was wiederum auf die Mietpreise drückt, weil irgendwo müssen sie die Rendite dann doch realisieren. Das heisst, am Schluss hat man wieder diesen Teufelskreis und das Problem ist eigentlich nicht gelöst. Das zweite Beispiel geht in die genau gleiche Richtung. Der Zielkonflikt zwischen Wohnungsnot und Wohnqualität. Auch das zwei Forderungen, die prominent im Raum stehen. Zum einen der Wunsch nach mehr bezahlbarem Wohnraum in der Schweiz. Auf der anderen Seite aber auch der Anspruch von immer mehr Wohnkomfort und besserer Wohnqualität. Da einfach auch als Beispiel. Wenn Sie sich aktuell anschauen, was für Wohnungen in den Schweizer Grossstädten vermietet werden, und ich weiss es, weil ich habe lange in einer solchen Wohnung gelebt, als Ausbaustandard 1983, seit da nie mehr wirklich etwas gemacht. Wir sprechen da halt von Wohnungen, die sich ausschliesslich an solchen Lagen vermieten lassen und die überall anders auf dem Markt wahrscheinlich komplett chancenlos wären, zumindest sicherlich chancenlos zu den gleichen Preisen. Also es gibt überhaupt, man muss das auch sagen, in den Grossstädten gibt es auch für solche Besitzer von solchen Immobilien überhaupt keinen Druck, da irgendetwas zu machen. Nein, nein. Und wieso sollte man auch? Ich meine, man kann es vermieten, man kann bei jedem Mieterwechsel die Miete erhöhen. Und soll ich dir was sagen? Weisst du, die Lösung, die sie in Basel gemacht haben, da einen Riegel zu schieben, das ist keine Lösung, weil dann wird noch weniger investiert und dann bleiben die Dinger noch länger. Schmutzschleudern. Was bringt dir das? Wir haben Eigentümer in Basel, die haben gesagt, ich mache gar nichts mehr. Nichts. Das heisst, plötzlich hast du mit einem völlig dämlichen politischen Entscheid, wo du eigentlich Mieter schützen wolltest, was gemacht, was für die Nachhaltigkeit und von wegen CO2-Bilanz und so, das ist... Das ist halt realitätsfremd. Komplett realitätsfremd. Man denkt halt, okay, man macht das sowas und man vergisst dabei völlig, dass man halt, wenn man das macht und man sagt, okay, so wollen wir quasi steuern, weil die Wohnung gebaut wird, dass man da immer noch auf die Bauwirtschaft angewiesen ist. Und wenn sich die Bauwirtschaft das halt anschaut, dann denkt sich die Bauwirtschaft, okay, auf Deutsch gesagt, ihr könnt mich mal, da mache ich halt nichts mehr, ich gehe halt anders hin. Die, die sich die Hände reiben, sind, wenn schon, denn schon, diejenigen, die jetzt schon Objekte halt haben und dann wenigstens, dann halt sagen, okay, dann lasse ich es halt laufen und dann fahre ich halt extrem diese Strategie. Gut, ich habe dazu nichts mehr anzufügen, ich weiss nicht, ob du noch einen Punkt hast. Abonnieren Sie unseren Kanal, hinterlassen Sie uns ein Like, wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, richtig, wenn Ihnen das gefällt, was wir hier tun, wir freuen uns wirklich sehr über positive Ratings auf jedem Kanal, egal wo Sie uns hören. Wir sind nächste Woche wieder zurück, herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, danke dir Robert und tschüss. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com slash podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.